hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded so heute machen wir mal ganz was besonderes und zwar gehen wir in dieses komische labor das komische labor wo bist du da sehe ich da was runterfallen wichtig ist die feder ich sehe keine feder runterfallen schade auch federn las federn fallen ich habe auch nichts runter segeln sehen aber ein bisschen weit weg meine basis gucken ich ja ist ja sicher und hier nicht auch nichts dann lass mal was fallen kollege bitte lass doch was fallen lassen habe ich noch zwei stück jetzt geht es ins hecken labor hecken labor nicht ins zecken labor sollte gleich mal meine 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 gas maske anziehen das muss hier irgendwo in dieser richtung sein ok gas maske zwei von hub sehr schön ich brauche ich jetzt gerade nicht sagte er und rennt voll rennen was ist das ding naja ich werde wohl schon wieder von erdinger milden ähm angegriffen belagert hier irgendwo war doch dieser reingang labor nebelwand labor ja nebelwand labor wo ist es so nebelwand labor er nach der so wo ist es denn neb neb nein hieber neb also eyebrows ja was ist denn nach da ich sollte ich mir So eine Markierung hinstellen. So. Haben wir nichts. Haben wir nichts. Dann essen wir schnell noch was. Falls wir hier angegriffen. Einen. Zwei, drei. Oh, kommt noch einer. Wusste ich es doch. Zack. So. Ähm. Gibt es hier irgendwas? Ja, Kiesel. Brauche ich nicht. Was haben wir denn hier schönes? Was? Eine Bombe. Ich habe eine Bombe gefunden. Ich habe noch eine Bombe gefunden. Und noch eine Bombe. Dann noch. Nährstoffregel. Gut. Boah, kein Bergechip, oder? Warum habe ich den jetzt übersehen? Einen Bergechip. Nein, kein Berge. Und raus. Hier auch. Bergechip, nee. Hier doch. Hier doch. Rau sein. Nee, ein Hobby. Ja. Papier. Nein, hobby. Yo. Yo. habe ich alles so jetzt wo war dieses nimm das na also hier nix hier geht es irgendwo lang da geht es lang ist da noch was da war so was irgendwo noch vom punkt und so hier müsste doch jetzt ist er doch so jetzt mehr alles oder ja jetzt nix wie raus ohne gasmaske hält ja auch nicht ewig denke ich mir so jetzt noch ein marienkäfer und der tag ist gerettet was brauche ich denn für eine da wusste ich doch ein kleeblatt hätte ich zwei pflanzenfaser und zwei sproßlinge zwei pflanzenfaser und sproßlinge ach ne pass mich im ober zwei pflanzenfaser der ist hartnäckig ne pflanzenfaser und sproßlinge gibt es wohl hier nicht war ja so schön gewesen machen wir das nächste mal da muss man aufpassen diese milben hier die da drinnen sind die infektet sind die schießen auf einen richtig verstanden die schließen verspucken dich an irgend sowas wo komm jetzt was hier wüsste doch noch irgendwo ein punkt wo wo es auch rau sein es gibt das dürfte hier sein überwacht ihr die höhle nicht euer ernst das ist doch die spinnenhöhle oder ist jemand da hinten die ist weiter hinten warte erstmal nochmal umziehen hier unten ist noch allerdings muss ich dafür zuerst die kaputt machen und du denkst ich habe angst vor dir wenn ich es mit deinem papa aufnehmen kann ja denkst du nur was macht hier schon wieder so geräusche 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 ich hier und ja nicht nur räuchern geräusch so nehme ich euch mit im moment noch nicht aber ich lasse ich da falls ich nochmal Das kleine Spinnenbrauch für einen Börgel. Ja, hier gibt es ja Netze ohne Ende. 25 Plätze schon. Junge, Junge, Junge. Dich noch. Dich noch. Ich kann nicht, komme ich nicht hin. Was ist das? Oh, was? Ist das richtig? Will ich doch was leuchtend sehen? Oder nicht? Ja, zu dir komme ich noch. Da, hat doch was geleuchtet. Summer. Geht das nicht? Ah, so. Nee, da hat doch nichts geleuchtet. Ich hätte spüren können, er hat was geleuchtet. Was hier? Da war es. Oh, ist schön. Nein, da war's. Besonders historia. Jetzt bleib hier! Jetzt kommt sie von hinten. Feigling. Los, aus. Du auch noch. Du kommst auch noch dran. So. Oh, oh, warte. Warte, warte. Was war das? Äh. Rauchen. Da war Gas drin? Oh, oh. Das hätte er in die Hose gehen können. So. Völlig gerne. Jetzt mal ehrlich. Hier war doch irgendwo... Hm? Sex. Hier ist pauschal... War nix. Hier ist nix. Einfach mal so nix. Ich muss mich hier durchkämpfen und es ist nix. Es ist nix. Nix. Den check ich nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Und dann gucken wir oben. Normalerweise fällt man nämlich hier runter. Nee. Hier ist der Punkt. Dann geht's ja nur da weiter. Richtig? Richtig. Da fällt man... Ach, von da... Ja, das konnte nicht funktionieren. Hier noch irgendwo eine Spinne. War egal. Ein Marienkäfer. Kiefer, genau. Vor allen Dingen Marienkäfer. Einen Marienkäfer hätte ich gerne noch. Nicht da reinfallen. Hab ich nicht... Wüp, wüp gehört. Ach nee, da war die. Komm, ein Marienkäfer noch. Bevor die Nacht zu Ende ist. Ne, bevor die Nacht anfängt. Nervmilben. Da lang. Da lang, da lang. Jetzt, komm. Ein Marienkäfer direkt in der Basis, wenn's geht. Könnte man sich nämlich direkt nochmal neue Aufreger holen. Macht vorbei ist. Und? Höhe. Gleich in der Richtung. Geh weg. Bruder, Grashalm. Ähm... Nee. Auch nicht. Bitt schön. Bitt schön, neuen Käferle. Rotgepumpteter Käfer hätte ich gerne. Schwarz gepumptet. Das ist ein roter Käfer mit schwarzen Punkten. Also ist er schwarz gepumptet. Kann ich. Ja, was soll's. Warum bist du aggressiv? Ich hab dir nix getan. Ach, dann geht er nicht. Ach, nee. War zu beglänzt. Ähm... Oh. Ja, dann. Pack mal jetzt nochmal hier rein. Und dann... Oh. Das, 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 das. Jo. Was denn noch? Den kann ich verschrotten. Das. Spinnengift hab ich das. Och hier, nee. mm, 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 mm. Die Bomben. Können ja auch mal hier rein. Ähm... Spinnengift und Spinnen... Montibles. Okay. Spinnenmontibles. Passen hier noch mit drin. Äh... Hier hatte ich noch ein paar Spinnen, ne? Aber auch schon wieder voll. Hier ist alles voll! Die passen hier noch mit rein. Den kann ich verschotten und Spinnengift passt hier auch noch rein. So. Sehr schön. Und ich habe noch Essen über. Was wo war? Warte mal. Hier. So. Es ist Nacht. Den verschrotten wir wieder. So. Gut. Und dann? Ja. Ja. Gehen wir mal schlafen. So. Ähm. Ähm. Dann. Er zieht. Teil aus. Teil aus. Oh Mann. Platzmangel. Platzmangel. Was brauche ich denn? Erstmal bauen. Ähm. Große Kiste. Wenn ich das. Keine Ahnung. Wenn ich das hier drunter stelle. Oh so. Theoretisch schon, ne? Hm. Zwei Kleblätter. Vier Saft und vier Schalen. Saft, vier Schalen. Zwei, vier. Schalen. Hier. Hier. Keine Ahnung. So. Hier kommt alles essbar rein. Alles essbar. Oder nee. Mehr immer. Da kommen auch. Da kommen auch. Alles von Tieren. Immer was von Tieren. Was? Habe ich jetzt wieder eine falsche Taste gedrückt? Nee. Alles von Tieren. Haben wir das da und das da noch? Okay. Eigentlich werde ich da essen besser. Egal jetzt. Jetzt ist es passiert. Jetzt bleibt es auch so. Und hier. Tier. 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 Ja? Ja. Gut. Tier. Achso. Das wollte ich ja machen. Das. 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 So. Und hier. Tiersachen drin. Ja. Habe ich. Ja. Die gehören ja da auch rein. Ein. 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 Ähm. Ja. Binnengift. Raus. Ja. Wenn ich das andere Ding da leer räume, habe ich schon wieder keinen Platz. Geht gar nicht. Lass mal mal so. Wer piepst dir so erbärmlich? So. Auf mich zu nerven. So. Ich brauche noch ein paar. Käferli ist zum Essen. Eins. Lass. Lass mal wieder zurück. Der Nasenbär. Ne. Pusselkäfer. So noch. So. Noch drei. Eins. Hat nicht geflüchtet. zwei. Zwei. Eins. Einen noch. Drei. Ja, ich weiß es doch. da hin und nach hinten hier hin dann haben wir auch gleich was zu essen trinken wir noch was ja vielleicht finde ich auf dem weg zum bürgeln noch einen marienkäfer zu sein aber jetzt machen wir das heute könnten wir tun da hin zum bürgel ist es ja nicht weit unsere rüstung ist schon fast wieder kaputt ein oder vielleicht ist es die gasmaske anhatte mit der gasmaske gut gehen wir noch zum bürgel das sollten wir locker noch schaffen rennen 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 weil die wohnen da ja nämlich so nix in sicht machen wir mal da unten da gibt es einen besseren überblick weil kein gras das hat sich rumgesprochen dass ich die kaputt hauen will das ist eigentlich jetzt voll halbvoll marienkäfer komm auf geht's er mag nicht er mag sich mir nicht zeigen dann gehen wir den chip ab und bekommen hoffentlich und bekommen hoffentlich eure pilzwände eure pilzwände wenn es das war hoffe das war es so doof so doof genau nicht für mich dass ich ja sicher mal gucken das war das war das was ich verwechselt hatte ne läuse latschen jetzt wo ich die die quest hab pass auf gibt es keine läuse latschen mehr krieg ich jetzt eigentlich immer punkte dazu ja doch 1900 so was haben wir denn neues dazu bekommen augenklare fahrer und trainierte lungen schilderset eichelschauer verbesserungen schilderset schwimmendes fundament glibfluchtflussen fressbomben heißsporn seilrutschen leiter fortgeschrittene produktionsgebäude das brauche ich genau das brauche ich dann können wir nämlich unsere pilzwände machen so danach würde ich sagen machen wir alles zum bauen haben wir ja ne oder das fundament aber das brauche ich so dann machen wir die seilrutschen aber das sind ja nur noch läppige ne was sind das 4.000 1.520 punkte alter feder dich ja es gibt ja keine federn hat also zeit sag ich jetzt so mal ne fortgeschrittene produktionsgebäude so aber wir haben die zeit schon wieder überschritten und dann sag ich mal bis zum nächsten mal und tschüss tschüss tschüss